und dem herrn heute und dem herrn sofort heute wurde sich gewünscht von dem michael ein pack opening bei ihm machen ja nur eine maus und zwei leute ja fangen erst mal haben jetzt hier also scheinbar kann man maximal 30 k ja hier so was wir machen jetzt super ein bisschen kommen eine mäßig ziehen wir jetzt mal für michael so dass ich jetzt gleich muss ich es komme so und dann haben wir so jetzt bin ich wieder dran so aber wir haben ja noch genug ganzen karten einfach in müßig vorstellen leute ja genau die ganzen karten einfach das ist alles müßig so und alter fahrer da kommt auch momentan nur schrott bei raus was jetzt was jetzt was jetzt was jetzt was jetzt also auch jetzt kannst du irgendwann einfach füllen und aber als ein bier was jetzt so geschäfte war sich da haben wir eine animal karte 5000 stücke zogen leistung ja bobby hier als mit einer schlange auf der schulter soviel dass du nur blaue kriegst nicht aber gut wir haben jetzt wir gucken uns jetzt mal die ganzen ok gar keine ok aber wir machen jetzt erst mal die box erst mal die box los geht was die habe ich heute aufgemacht habe drei epics ausgeworfen jetzt noch mal jetzt kommen drei drei letztlich 31 genau drei letztlich wenigstens eine die völkern attack so wenigstens die haben wir schon mal die nächsten die golden turds auf die golden fünf stück ich so was haben wir denn da was war das jetzt eben was war das gewesen das war das ist ja geil aus sieben mega geil aus weil brian einleitung heute rausbekommen ist also auch dann fangen wir an erster kerne licking kerne licking die haben wir bekommen glaube ich die haben die haben wir bekommen den wird der war der ja das das gibt es doch nicht so was haben wir denn jetzt wir haben jetzt drei ledschies und zwei kraftsteine ich noch einmal kpop video oder nicht noch einer und eine china und und was jetzt ich hätte eigentlich mehr erhofft muss ich sagen so also wir haben einmal erst mal gucken was wir hier noch so also einmal hier diese falcon attack wegmeyer die könnten wir ja okay wir lassen ihn das entscheiden so also haben wir kpop kam mit hinzu lassen mich doch einfach in ruhe ehrlich war so aber schade eine china noch dann hätten wir die china ein zweites mal na gut okay also das war jetzt erst mal das pack opening hier für mich dann würde ich sagen wenn es gefallen ist dann lasst mich über ein abo und kommentare geht einfach unten direkt unter unserem video auf den abonnieren button schreibt uns was in die kommentare und das war's von diesem pack opening bis dahin macht's gut bis zum nächsten video bis dahin